Ich bin Bernd Schäfer und das ist mein Stolperstein NRW. Er ist hier in Reeshaldern Oskar Plath gewidmet, gegen das Vergessen. Oskar Plath ist hier in diesem Haus geboren. Später ist er nach Paris ausgewandert und ist leider 1942 von den Nationalsozialisten in Paris festgesetzt worden, nach Drang-Cy gebracht, eben dem Vorort von Paris. Von Drang-Cy ging sein Leidensweg weiter in das Gefängnis nach Bruxelles und von Bruxelles aus wurde er dann mit vielen nach Auschwitz gebracht und dort vergast. Erinnern ist sehr, sehr wichtig und deshalb ist die App so wichtig und auch so toll, wie sie dargestellt ist, um alle einzelnen Schicksale wiederzuspiegeln. und wiederzugeben.